Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Ultra Hardcore mit dem Benz hallo und dem Adian und dem Marcel der da gerade so richtig behindert rum hüpft äh F5 so ja wir spinnst Ultra Hardcore ist den meisten sicherlich bekannt und was machen wir jetzt? das Creeper ja, lass mal Holz sammeln ja wir sammeln Holz lol Moment meine Mausentfälligkeit ist so hoch ich hab nur keine Ahnung wie man hier runtersteht ja Leute, das ist halt Maximum Hardcore, PvP ist an, Leben regeneriert sich nicht und man fällt jetzt halt zu schnell Hunger, die man hier schon sieht die man halt nicht mehr, okay lass mal so eine Wette abschließen, wer geht's erst drauf, Marcel äh das geht gar nicht mit der Mausentfälligkeit ja, aber am besten wäre es, wenn keiner von uns drauf gehen würde ah, Sensiwi Sensiwi 35 so ja du 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 wie viel Holz hatte ich schon danke schon danke okay auch nicht klar, ich muss erstmal mal eine perfekte Mausentfälligkeit ja die geht aber die ist wieder zu empfindlich fassen ohne bestell das mal hier hören ne warte achso da, ok danke so tschüss, ich muss kurz so das scheiß jetzt habe ich super secret settings geklickt nein ja jetzt nochmal ja ok so back to the business me friends so hm ähm was habt ihr euch ge... Ben, was hast du dir grad gecraftet? ne orks spitzhacke ok ich habe so einen weißen Punkt an der Witze auf einmal ich weiß nicht ob man den der Aufnahme sieht ich hoffe er nicht hm hm warte ich glaube ich fix das mal eben schön ah so hm so und jetzt haben wir eine spitzhacke ich habe minecraft schon ziemlich lange nicht mehr gespielt, deshalb weiß ich nicht immer alle Crafting-Rezepte aber YOLO ja ja komm oh ne jetzt komm nicht da mit, Alter ich krieg gleich wieder Aids sag denen doch mal welches texture pack du benutzt ich benutze es nebenbei das Fax texture pack das 128 x 128 texture pack ich benutze auch das Sfax... 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 hast du das... ja, ja so jetzt nehm ich wieder auf, hallo Leute, willkommen zurück ähm... dat... dat... dat grafik fail sag ich ja nur oh mein god aber ich kann nicht mehr sprinten, haben wir bei derweil spielt ihr auch fullscreen? ja ne dann hast du irgendwie weniger lags ich hab dann... ich hab dann mehr FPS meine ich also ich mein... hast du Microsoft Vollbild mit... F11 so, ne hab ich nicht musste ich vor der Aufnahme umschweren weil wenn ich dann F11 drückgekommen hab bei FRAPS und Hotkey das ist ja ein Benchment-Setting so den gesungen zu da also ich hab jetzt grad 120 Frames und... ja du mit deinen 5 Grafikkarten da ja ich kann nicht mehr sprinten ich brauch Essen das hab ich, Benchment, aber wir müssen das irgendwie gucken irgendwie ich hab keine Steine das ist richtig hässlich ja dann gehen wir hier runter ja dann gehen wir hier runter dann gehen wir hier runter vielleicht sollten wir einen Gang machen und nicht gerade runter da fällt Marcel noch ein ja ja warum kann ich mir das vorstellen weil das passieren wird weil das passieren wird ich geh mal noch ein bisschen holz holz ein kleines warum ich halt so ok so ok das war ja richtig schlimm die ganze achievements hier machen das macht Spaß da ist immer noch kein Treffer hehehe und wieder mal inkompetent ja ich ja guck mal so ist doch besser mein Mausrad klemmt also irgendwie kriegt er alles weißt du Grafikfehler oh Phil du hast gerade eine Mitte aufgemacht jetzt sehen Glückwunsch oh ja dankeschön so ich steche jetzt den Ofen hin oh mein Gott wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr Adi ich bin hinter dir wo seid ihr ist die Frage ich komme nicht mehr raus ich sehe Marcel aber ich sehe nicht Allah fickt uns fickt unser Leben wo seid ihr ich habe keine Ahnung wo ihr seid also wir sind wir sind immer beim Spawn ja wir sind Allah ist aber eure Koordinaten Prozent Jahr ich komme nicht mehr raus es ist zu dunkel ich muss sie mir jetzt ein Ofenbauen sonst sterbe ich mit ja wie ich aber ihr macht dass er jetzt sagt dass man auch Koordinaten meine Fresse jaja jaja Prozent Prozent Minus 305 und 147 er ist auch gewesen also ein Post ist die flogen in einem 300 und jeder kann schon ein Zombie Ben pass auf man kann nicht mehr rennen Nonny Minus 300 und da ich sehe euch da wo seid wo sind die ich habe kein Essen mehr kann ich rennen ok ich bin mein Leben da ist Essen drin ich habe noch Beef dabei ja kannst du da rein stellen was nein voll dass keine Kohle mehr drin pack da Holz rein ah ok chill dein Leben alles gut save mal ein bisschen die Gegend so ich denke mal noch ein steak ich schlachte mal ein paar Kühe ja Ben ich komme runter ne du du Alter hast mich erschrocken Marcel ich glaube es ist keine gute Idee wenn du hier mit runter kommst was ist ich glaube es ist keine gute Idee wenn du hier mit runter kommst ne ich glaube ich habe meinen eigenen Tunnel jetzt mal ausschließen so kann manchmal keine Steine gerade passiert irgendwie nichts Spannendes ah ja aber das kommt noch versprochen der Anfang ist immer das Beste kann man die Gamma hochstellen oder so keine Ahnung die Helligkeit weil natürlich muss man immer auf Bildschirm bis jetzt Endabgift wir finden wir finden gleich dir oh ja ähm hier geht's runter genau unter dir das müssen wir erstmal zu machen nein 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 nicht zu machen verfabst du dich mal dabei kurz ja laufen wir noch rein oh also so geht das nicht weiter ja so eins bauen wir bauen wir denn paar Fackeln das haben wir two okay magst du das was bortelte wollen wir mal aus einer Kiste so eine Chest hier machen vorhaft TS hat mich jemand angeschrieben na so kommen wir uns das viel besser nein du Trottel ja ich stehe das gleich nach unten schön ich hab den äh achso du hast den Ofen ja dann stell den mal irgendwo unten hin so leute mal gucken wer mich den TS angeschrieben hat ach das war der Emo bleibt der warte sie hat ge- oder er hat geantwortet fragzeichen nö einfach so hab ich geschrieben kein Emo du bist so nett zu anderen Leuten ja kennst mich doch wie diese hater kommentare nur weil sie sich dunkel anziehen sind sie doch keine Emo ja ja ihr seid die schlimmsten das sagen die alle oh ich hab eisen gesehen da hat gerade jemand Leben verloren Marcel alter Marcel pass auf ich hau hier ein bisschen was er hat wer kennen das er hat es geht aber ich sehe ich gar nichts was eisend ich brauche hier mal so ein bisschen so dankeschön Prozent der Schöpfung oder Todes eisen 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 n so Prozent das Bruch wenig und die sich mal drinnen Leck mir was! Waaah! Anstatt verfackeln zu bauen oder so? Ja, ich hab's gut nicht. Ich bin tot. Äh, ich hab den verloren eigentlich. Woah. Das fängt ja gut, äh. Scheiße. Hier ist Kohle und Eisen. Ich bin ja spinn! Ich will bei euch sein! Äh, wie sich das anhat auf einmal? Boah! War der schmatzen, Alter. So, so. Off the middle of the ground, oooh. Weißt du, nachher, natürlich krieg ich aufs Maul. Ein... Das hab ich keine Fackel mehr. Ja, ich hab noch welche. Kann ich hier... Kann das irgendwie hochstellen? Ja, man kann die Brightons hochstellen. Okay, ich hab auf Bright gestellt. Okay, jetzt sieht man noch mehr. Ich kann auch sprinten, fällt mir grad auf. Ja, ist ja nicht grad nötig. Ey, man kann jetzt auch mit Steuerung sprinten, ne? Ja. Lol, das geht wirklich. Okay. Ja. Alle haben sich immer beschwert wegen diesem Gurosprung da. Alle? Ja, alle. Ne, ich hab Spaß. Hier ist noch Eisen, läuft dran vorbei. Äh, äh, alle. Der Emo hat mich noch nicht zurückgeschrieben. Achoo! Boah. Gesundheit. Danke. Boah. So. Und hier ist bestimmt, ja... Am Ende des Ganges ist nichts. Wird nie überhaupt lang gegangen. Egal, ich sag mal mal ein bisschen Kohle. Kohle braucht man immer. Oh, sorry. Okay. Na, 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 na. Hm, 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 hm. Äh, wenn, wo geht's denn hier raus? Ah, hier. Nee. Geht's denn hier raus? Philipp? Kannst du mir mal zeigen, wo's hier rausgeht? Ja, oder? Ja, da hinten. Da kann ich da schon mal burnen. Da hinten geht halt. Hier, komm, ich komm mit. Ja, komm. Mein Hohan, so... Kann man irgendwie Sprinten auf Schiff stellen oder so? Kann, aber man wird. Warum hast du mir zwei noch nicht leben? Nachher verwendest du die Steuerung. Ich hab mir das eben auch schon überlegt, so. Aber da dachte ich mir so, ja, nee, nachher steh ich da am Lavasee und verfick mich an. Ja, genau. Ah, ja, man duckt sich ja mit Steuerung. Ja, dann benutze ich halt Steuerung. Habt ihr das Ding hier wenigstens zugemacht? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Eisencode hab ich das... Ich pack mal 10 da rein. Ich baue mal das Eisen. Hm. Ich packe meins in den anderen Ofen. Geht das so schneller? Hat jemand Essen? Ich hab... Ich brauche Beef. Ja, hier. Hier, ich kann den drauf. Hat jemand Eisen oder so? Ja. Ich hab Eisen schon da reingewirnt. Okay. Ich bin jetzt gerne eine Eisenspizzacke bauen. Ja, wollen wir nicht erstmal Rüstung ab, weil eine Eisenspizzacke ist so... Na wohl, warum... Wozu Ritz, wenn er Eisenspizzacke sagt? Ja gut, dann gehe ich mal weiter. Ich würde sagen, wir machen erst lieber Rüstung. Weil... Safer. Ich bin ja mit dem wenigsten Leben. Ja. Nice, Ari. Soll ich den Helm machen? Oh, geht's ja irgendwie nach oben, Alter. Ja. Wir haben jetzt die ganze Höhle durch... durchforscht, oder? Ich mach dir mal eine Brustplatte, oder? Ja. Immerher mit den Dingern. Ich hör' diese Spinnenbeine da schon. Ich hör' diese Spinnenbeine da schon. Wir sind die einzigsten... Wir sind die einzigsten, die noch volles Leben haben. Dankeschön. Ja, aber ihr da weißt ihr, ihr in der letzten Season. Ja. Ey, ich bin noch nie gestorben. Ey, es ist bei der Weitag, ne? Ja. Ja, komm. Äh... Ich geh' mal ein bisschen Holz fahren. Kann ich sehen. Ich hab' jetzt gesagt, kann man auch noch so gehen. Danke. Nein, den hab' ich dir gegeben. Danke. Das ist eine Spinnen. Philipp, komm mal zurück. Philipp, ich hab' Leben verloren. Oh, Philipp, man sind behindert, schlecht scheiße. Oh, jetzt bin ich da... jetzt bin ich der mit den wenigsten... Oh, Mann. Philipp, komm mal. Philipp, soviel dazu, ich hab' am meisten Leben. Danke schön. Jetzt hat Wind am meisten Leben. Sag, wir schlagen den einmal. Das sind Pferde. Eine Spinnen hat mich attackiert.